Light Foam, das ist ja quasi das neue Dämpfungsmaterial von Essex. Merkst du da Unterschiede im Vergleich zu den G-Kissen von früher? Ja, total. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Sohle ein bisschen dicker ist. Und man sagt nicht irgendwie ein, also man fühlt sich wirklich sehr stabil, aber trotzdem auf einem weichen Fußbeck quasi.